ich glaube die lasse ich auch länger heute werden was wir kriegen was zu tun hier das ist der beste einstieg des tages leute moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session ja schön dass ihr eingeschaltet habt willkommen zurück am jama ich hoffe ihr hattet gelegenheit vielleicht schon mal den ein oder anderen test mit match hier am jama zu vollziehen habt ihr im letzten video vielleicht schon gesehen dass das sehr gut lief und es gibt ja auch was zu gewinnen ich wollte nur bescheid geben schaut euch auf jeden fall das 338 mal genauer an da werden noch so ein paar infos genannt und ich habe mich entschieden hier weiter zu machen heute um das ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten gibt es ein paar veränderungen das heißt die position bleibt zwar gleich wir stehen immer noch hier im süden süd südosten der karte richtung zweieinhalb zwei meter ausgerichtet position 200 574 aber wir werden das setup ein bisschen modifizieren um gegebenenfalls andere fische anzusprechen um gegebenenfalls bessere fische anzusprechen wir schauen uns auf jeden fall mal an so was auf das setup heute sieht folgendermaßen aus dieses mal haben wir ein sehr gold köder lastiges setup das alleine ist normalerweise grund genug erstmal genauer hin zu gucken aber genau deswegen machen wir das heute auch das heißt die rebellion match wird wieder verwendet die hsv die 11,3 kilo schnur der 14 gramm pomo blau als route 1 gelb als route 2 rot als route 3 vielleicht wollte das ja auch so nachbauen deswegen habe ich das gerade mal gesagt die wir dann entsprechend optisch auseinander halten müssen während sie unterwegs sind im wasser und wir haben jetzt hier den s1 s4er haken wieder am start es wird aber auch noch einen einschub geben ich weiß nicht ob ich ihn komplett zeigen werde aber auf jeden fall das resultat später dabei geht es um das gegenteil nämlich s4 s1er haken da drehen wir das ganze oben und angeln plötzlich auf größe 1 statt 4 auch eben mit diesen ködern das war mehr so ein spontaner gag den ich gemacht habe einfach mal um lose zu gucken aber ich dachte mir es ist fair wenn ich euch auf jeden fall das resultat mit gebe dass ihr dann sehen könnt was am ende bei rausgekommen ist wenn ihr eure tests hier übrigens macht packt sie auch gerne auf den discord unter die rubrik angel spots jammer ich denke gerade für das gewässer ist es besonders aufregend wenn man da der community ein bisschen was zurück gibt wenn man da gerade unterwegs ist und testet vielleicht auch mit anderen ködern das wird sicherlich geil für alle sein wenn wir da ein bisschen teilen dementsprechend an der stelle der rat wenn ihr da bock drauf habt macht es gerne ich denke ich und viele andere werden sich sehr darüber freuen als köder nutzen wir hier heute bachflug krebs und fisch leicht den bachflug krebs kann man gegebenenfalls noch mit der schöpf kelle kriegen den fisch leicht leider nur gegen gold und da wird beides jetzt heute mal konstant in einer stunde getestet wir gucken uns das ganze jetzt an ich mache hier wieder meine drei auswürfe lasse euch entsprechend an den ergebnissen teilhaben und wer weiß vielleicht ist ja das ein oder andere interessante objekt dabei wo ihr sagt das würde ich glaube ich auch mal ausprobieren dann hat der fisch leicht sicherlich in eurem inventar künftig auch seinen festen platz würde sagen legen wir los was auch wir stecken jetzt noch mal alles in richtig dekadente köder rein ich bin super gespannt was das hier wird also 300 so 300 so ist jetzt erst mal vorbereitend so gemacht wir machen wieder 50 prozent ungefähr auswurf und ich keine ahnung was das wird aber bin sehr gespannt ob da die frequenz sich interessant drauf gestaltet die köder sind bereitgestellt jetzt müssen wir nur mal gucken da geht schon los wow ist mein guter auftakt fängt ja direkt mal ganz nett an nur glück gehabt dass das just die angel war dolly worden macht ihr den anfang ja komm zwei hat auch schon was schon wieder ab ist schon wieder ab so schnell kann ich nicht so schnell konnte ich jetzt nicht reagieren aber dolly worden ist am start kopfschmerzen bekomme ich auch schon wieder online was los wegen wetter die drei die drei die drei was die drei guckt ihr das an macht druck immer gut druck nächste dolly worden hier aha herrschaften aha mit 3,5 das ist gut eine gute größe aber es geht halt auch auf gold köder gerade muss man fairerweise sagen da ist ein bisschen was an guten größen schon ratsam für die investition aber leider kein garant das muss man fairerweise auch dazu sagen die 1 hatte kurz was drauf ist aber schon wieder auf dem rückzug ich glaube in so einem moment wie jetzt da würde ich das hart feiern wenn man da hinten auf die insel könnte das wäre dann würden wir praktisch da so paar clip rauswerfen das wäre schon echt beeindruckt glaube ich aber hier auch ein guter einstieg wieder quappe um himmels willen ja wahrscheinlich des fischleiches wegen also ich denke mit der kombination kommen wir auch nachts gut klar ja dann vermutlich mehr quappis an der angel auf den fischleich ist jetzt auf 1 meter 75 das heißt die quappe dürfte schon ein stückchen aktiv selber hoch geschwommen sein für den köder 222 macht doch die zwei bis der das mal absetzt gehen immer tage ins land aber die frequenz ist dafür verdammt gut auch gerade muss ich feststellen da gibt es keter jetzt hör mir auf jetzt kommt der keter lachse gut wir haben den auftrag dreimal 1,6 kilo im café ich weiß nicht wie lange noch aber den könnte man möglicherweise dann vielleicht mal abgeben ohne die zwei zwei man ist das immer funktioniert mensch ich hasse das ist er das dann wieder ablegt eins müssen wir kurz holen hat nicht okay dann die zwei wieder zwei hatten masu 1,4 schönes ding wichtig wo die zwei direkt zwei direkt 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 oh schön und die drei auch moment die drei müssen wir kurz holen ist schon ab okay dann machen wir hier weiter hätten wir sein hätte ja sein können dass wir ihn vielleicht haken können was gibt es da das ist wieder ein seeseibling irgendwann ist der große mal mit dabei da bin ich mir sicher irgendwann ist der große mal mit dabei heute gibt es 3,5 kilo schönes ding echt schönes ding die drei als nächstes ich sehe es gerade yo guter bis schöner druck schöner druck aber dabei gleichzeitig bitte die anderen beiden im blick halten igf müssen wir anschlagen wenn da irgendwo was runter geht was haben wir hier schön das sieht nach dolly warden aus sieht gut aus yo drei kilo wieder sehr stattlich auf der drei auf der zwei auch perfekt wieder zwei gesichert gucken ob beide dranbleiben sieht gut aus bisher da fangen wir an mit keter okay ich lass dich erstmal hängen kumpel ich will erstmal wissen was da drauf ist und keter kann ich notfalls verzichten auf eine dolly warden aber nicht guck mal wie schön der da war wie schön artig der da wartet wollte ich gerade sagen ja pustekuchen komm ran hier 1,1 kilo fühlt sich sonst wie schwer an lang nasen saugdöbel diesmal da gibt es auch solche überraschungen ja warum nicht mal einen saugdöbeligen holen notfalls muss halt auch mal eine angelrute in der boxengasse stehen bleiben ist dann so aber für den maso lachs war es jetzt nicht unbedingt notwendig oh was haben wir denn da masu 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 lachs jetzt komm hallo ich stelle mich schon extra halte das ding hoch dass ich irgendwann mal von dem vier auch gefunden werde jetzt kann doch nicht sein hier zwei kilo schön das sind doch 50 silber bestimmt wieder die 1 hat auch noch was ist dann kann ich erstmal alle drei routen reinholen und dann geht es weiter 243er regenbogen stint da kommt noch die trophy leute 280 ist zielgröße das ist nicht abwegig leute wundert mich dass die da jetzt häufiger reingehen und hat gar eine kleine süß nächstes mal darf sie größer japaner scheinen sich hier nicht drauf zu verirren auf die köder japanische saiblinge die haben da scheinbar keinen bock drauf wir hatten keinen bock auf auf maikäfer dassel fliege die haben auch offenbar keinen bock auf fischlauch und wachflug krebs aber zwei junge die hat aber einen guten bis drauf die hat einen schönen druck sehe ich da was sehe ich was das könnte jetzt eine bessere kamchatka werden ja ich tippe so auf eins bis zwei kilo also eher zwei 2,1 schön einer ist jetzt runter rot ist runter rot 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 warte kurz rot muss ich kurz fixieren machen weiter auf der 2 was haben wir denn da soll die worden ne keter vergesst es ist leider nur keter lachs aber da wir die drei angehauen haben bleibt er solange er nicht ausschlitzt jetzt auch an der angel da die spannung selber hält ist das ok 4,5 schön sehr schön direkt schon wieder runter heftig ok blau wartet rot habe ich immer noch nicht angefasst irgendwie schwimmt immer noch da rum aber der bis hier auf die gelbe ist einfach wieder besser guck mal hier ein schöner brachimistax das sind bestimmt zwei kilo oder fast 1,9 richtig gut richtig gut und da hinten ist auch noch irgendwas äh frequenztechnisch muss ich sagen bombe bei den fischen selber wir sehen es jetzt hier wieder schön gibt es auch mal ein paar kleinere dabei silberlachs naja aber auf eine zeit von 36 minuten 49 fische macht durchaus spaß dann wieder das ist man vom jama normalerweise nicht so unbedingt gewohnt aber normalerweise bin ich ja auch meistens mit einer spin route unterwegs so 45 minuten ich würde sagen hiermit können wir erstmal kappen also was ich sehe ist dass sehr viele masus reingegangen sind aber eben auch sehr viele kleinere masus gucken wir mal was der verkauf zu dem thema sagt also willkommen zurück denke wir haben jetzt hinreichend zeit dort verbracht 63 fische über ein fisch pro minute das ist wirklich nicht schlecht wir haben aber auch viele fische verloren das heißt da wäre noch durchaus mehr möglich wir haben zwei schöne masulachse ein kilo und zwei kilo wir haben sesshafte masus wir haben kamtschatka hier einmal im mini format einmal in der größeren version rachimistax quappen vor allem finde ich auch sehr spannend schöne dolly warden forellen um die drei kilogramm zu keinen langen nasen saugtöbel also ich bin sehr positiv überrascht und und wir waren gar nicht so weit entfernt von der regenbogen stint trophäe mit 280 gramm wäre das eine gewesen hier haben wir nur noch wenig abstand sozusagen übrig gehabt dann gucken wir uns mal an kaffee aufträge vielleicht saugtöbel mit 400 gramm ist leider nicht genug aber wir könnten zum beispiel drei ketas abgeben das sind dann schon mal 75 silber die können wir schon mal machen sechs regenbogen stinte damit die hälfte das wäre vielleicht dann auch noch mal was für eine weitere stunde ansonsten was waren es jetzt 75 75 ist schön glatter wird ansonsten hier preislich sortiert 54 für den zwei kilo masu 44 für den brachi 31,99 für die kamtschatka und dann geht es mit 31 für den zweiten masu weiter weitere über 20 silber werte hier für dolly warden und sesshaften masu hier unten nochmal schöner seeseibling mit 21 silber lenok hier mit 1,1 kilo auch nochmal 18 die quappen die zahlen auch gut also da kommt einiges zusammen glaube ich nicht mal ganz eine stunde aber 570 silber wohlgemerkt aber auch mit gold ködern in sinne fischleich und krebs bach floh krebs den kann man wiederum mit der schöpfkelle auch erwischen das heißt da hat man so gesehen jetzt nur einen halben gold köder einsatz wenn man es jetzt wirklich auf der auf dem herkömmlichen sammelwege macht aber ich würde sagen heute ist es mal so an der position wo wir das letzte mal schon erfolgreich standen da hat sich auf jeden fall sehr positives zugetragen das hat sich gelohnt so leute aber wir sind noch nicht ganz fertig ich schulde euch noch vom anfang des videos den cliffhanger wir hatten diesen wunderbar schönen einstieg gesehen wir müssen ja noch raus kriegen was waren da jetzt eigentlich dran deswegen ich switch mit euch jetzt noch mal in die folge die wir praktisch nie offiziell veröffentlicht haben die danach stattfand mit dem gleichen setup dem fischleich sowie dem wach floh krebs auf einem s1er haken s4 s1 der große einstieg den zeige ich euch jetzt und direkt danach gibt es noch mal die kesha zusammenfassung so freundchen dann zeig mal her jetzt habe ich ihn fast da wo ich ihn haben will jetzt weiß ich immer noch nicht was es ist ist es jetzt ein königslachs oder es ist keiner da kommt meine pose es ist ziemlich sicher ein könig okay okay königslachs du scheinst also offensichtlich warte mal sehe ich das gerade nicht dein ernst die schöne optik leute die schöne optik schön dunkel guckt mal hier wahnsinn 12 kilo königslachs was für ein schönes exemplar hier auf gold köder also was den cash angeht ihr seht das schon wir haben jetzt hier nur 37 minuten gestanden und tatsächlich waren da auch ein paar schöne spannende größen mit dabei ganz am anfang sehr kurz hintereinander weg der marsulachs brachimistax und auch der sesshafte masu dann hatten wir immer noch ja relativ frequent unsere fischeinstiege es hat aber schon deutlich länger gedauert besonderheiten hier in dem fall auf dem größeren haken bei dem ganzen setup war die mongolische rotfeder neben unserem königslachs schöne stattliche dolly warden mit 3,8 noch mal aber je größer wir gingen mit dem haken desto wahrscheinlicher kamen dann hier auch die keterlachs rein und das erkennt man relativ deutlich und deswegen glaube ich persönlich für mich festzustellen dass es mit weniger mehr werden könnte das noch nebenbei zum zusatz und jetzt viel spaß beim nachtesten schönen tag noch bitte 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 Vielen Dank.